Arnold Schönberg ist weltweit bekannt. Weit weniger berühmt ist der Maler Arnold Schönberg und dennoch hat der Autodidakt auch auf diesem Gebiet Herausragendes geleistet. Das wird jetzt in einer einzigartigen Ausstellung im Pariser Museum für jüdische Geschichte und Kunst gezeigt. Barbara Kostolmig war vor Ort. Ich bin vor deinem Gedauern.